Valentina Pade verwöhnt ihre Fans regelmäßig mit neuen Urlaubsfotos auf Instagram. In diesem Monat war die GZSZ Sunny auf der griechischen Insel Kos zu Gast. Dabei hatte sie das ein oder andere sexy Outfit im Gepäck. Für Valentina Pade konnte der August nicht schöner ausklingen. Der GZSZ-Star gönnte sich in der vergangenen Woche einen Urlaub auf der wunderschönen griechischen Urlaubsinsel Kos. Fast täglich versorgte sie ihre Instagram-Fans dabei mit neuen Bikini-Fotos, zeigte sich sogar oben ohne. Doch die Auswahl, welche Bilder sie auf dem sozialen Bilder- und Videonetzwerk postete, fiel der 28-Jährigen offenbar nicht leicht. Und so legte sie jetzt noch einmal mit mehreren neuen freizügigen Fotos nach. Valentina Pade im Bikini auf neuen sexy Urlaubsfotos. Unpublished. Last Week in Some Pics. Deutsch. Unveröffentlicht. Letzte Woche in ein paar Bildern, schreibt Valentina zu ihrem neuesten Post, mit dem sie gleich mehrere Urlaubserlebnisse teilt und sich dabei in verschiedenen Outfits präsentiert. Zu viel Stoff am Körper trägt die Schauspielerin dabei aber nie. Auf zwei Bildern ist sie in einem roten Bikini beim Stunt-up-Paddling auf dem Meer zu sehen. Auf einem weiteren Foto sieht man ihre Rückseite. Beim Chillen am Pool blitzen ihre Po-Backen in einem sehr knappen Bikini hervor. Ebenfalls ziemlich nackig von hinten präsentiert sich eine weitere Frau, die neben ihr liegt. Weitere Aufnahmen zeigen Valentina mit einem ärmelfreien Top sowie einem kurzen Jeans-Rock. Wie die Fans weiter erfahren. Hatte der Soap-Star außerdem einen schwarzen, weißen und hellgrünen Bikini im Gepäck? Fans loben Valentina-Pade für ihren Körper. Doch es gibt auch negative Reaktionen. Auch wenn die freizügigen Bikini-Fotos von Valentina nichts Neues sind, ihre Fans können sich gar nicht daran satt sehen. Ein Follower lobt, eine wunderschöne junge Frau. Ein anderer Kommentar lautet, richtig schöne Fotos, da kommt man trotz Dauerregen nochmal in Sommerstimmung. Und dieser Follower ist entzückt. Dein Body ist der absolute Wahnsinn, liebe Valentina. Ebenso sieht es ein weiterer Fan. Umwerfend eine tolle natürliche Art verkörperst du liebe Valentina, liebe es immer wieder deinen Content hier anzusehen. Die nächsten Urlaubsbilder dürften bei diesen Lobeshymnen nicht lang auf sich warten lassen. Dabei kann Valentina getrost auch über negative Body-Shaming-Kommentare, wie ich finde viel zu dünn meine Meinung, oder nur noch Haut und Knochen, wer das schön findet, naja hinwegsehen. Lesen Sie auch, Ex-GZSZ-Star macht Abflug. Sturzvideo erheitert die Fans. Folgen Sie news.de schon bei Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube. Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.